Ja, servus und hallo, hier ist euer Crypto-Dennis mit dem neuesten Crypto-Update, aber nur mit einem kurzen Crypto-Update. Heute ist dann 29.04.2021 und wie ihr vielleicht schon hört oder schon mitbekommen habt, ich bin ein bisschen lädiert, lege mit Fieber im Bett. Deswegen nur heute ein Bitcoin- und Cardano-Update, nichts Großartiges. Ganz kurz zu Anfang, bevor ich anfange, mich hat es jetzt auch erwischt, ich habe es in Telegram schon geschrieben, aber mir auf der YouTube-Seite lümmelt sich jetzt auch Bots rum, ich habe natürlich jetzt versucht, alles zu löschen, aber ich kann das leider nicht vermeiden. Bitte, bitte, wenn WhatsApp-Nummern dastehen, überhaupt Telefonnummern dastehen, meldet euch nicht dort, denn ich werde niemals eine Telefonnummer rausgeben, genauso wie ich würde niemals von euch Crypto-Währungen oder Sonstiges verlangen. Das wird es nicht geben. Das Problem ist, die Bots haben die gleichen Namen, wie der YouTube-Kanal heißt. Das heißt, viele YouTuber haben Probleme damit und viele weisen auch darauf hin, bitte fallt auf sowas hinein. Und wie gesagt, ich bin das nicht, ihr könnt mich erkennen, erstens an der besseren deutschen Aussprache wie die Bots und zweitens ist mein Name auch schwarz umrandet, da seht ihr, dass das vom Original kommt, ja. Nummer dazu. So, jetzt kommen wir kurz zum Bitcoin und ihr seht, dass wir hier in dem grünen, wo die grüne Support-Linie ist, Super Support gefunden haben und ich gehe davon aus, dass wir jetzt bald etwa das 100%-Ziel erreichen von dieser Bull-Fleck hier, dieser Bewegung nach oben, bei etwa 95.500. Ich bin ja hier long reingegangen, hier wäre nochmal die Möglichkeit long reinzugehen und ich werde auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Profite nehmen. Meine Shorts sind auf jeden Fall ab 58.000 hoch, habe ich schon Limit-Short-Orderen gesetzt und die werden dann hier irgendwann alle aktiviert, weil ich davon ausgehe, dass wir hier einen Retest dieses lila-Weising-Redge machen hier und dass es dann in der 40, 44K-Bereich erst einmal runtergehen wird, meiner Meinung nach. So, also wie gesagt, wer noch long einsteigen möchte, also hier bin ich auch long eingestiegen, ist auch kein Problem. Ich sage da aber auch, deswegen muss man ein bisschen Platz lassen, ich gehe davon aus, er könnte theoretisch noch in diesen 51.200 Bereich schon mal runterfallen, da wäre zwar hier diese Bull-Fleck invalidiert, aber trotzdem gehe ich von einem Retest aus in diesen Bereich hier von dem Weising-Redge, meiner Meinung nach. Kommen wir mal zu den MAs. Im Moment seht ihr, dass der Bitcoin ein bisschen Probleme hat, hier über die MA21, 25 und die 50er drüber zu kommen. Er findet aber auch gleichzeitig Support an der starken MA9-Linie. Er wird jetzt irgendwann einen Ausbruch unternehmen. Sollte er da oben ausbruchen, gehe ich davon aus, dass man wirklich den 59.000-K-Bereich in etwa sehen. Da sehen wir, im Daily sind wir da drin. Kommen wir ganz kurz in den 4-Stunden-Chart. Und da sehen wir, dass er hier super Support an der MA9 gefunden hat. Hier ist er drunter durchgewischt. Hier hat er aber dann gleichzeitig an der MA21 hier Support gefunden. Und ja, jetzt warten wir mal ab. Wichtig ist, dass er hier über diesen Bereich drüber kommt. Und dann werden wir die 59.000 etwa in dem Bereich, ich eben sagte, auch sehen. Hier haben wir noch das Falling Wedge, was ich ja gecallt hatte. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand auf dem Schirm hat von den anderen YouTubern. Aber das hier könnte für mich ein Falling Wedge sein. Falling Wedge hat für mich zwei Targets. Das wäre einmal hier die 95.600. Das wäre genau der Bereich des Retests. Und das hier, die 64.700, das ist das Top, das All-Time-High im Moment. Das wäre das zweite Target, das 100%-Ziel. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir dieses Target sehen in diesem Bereich. Und dass wir das nicht sehen. Das sind alles nur Wahrscheinlichkeiten natürlich. Aber das ist meine Meinung. Und ich denke, dass wir an dem Weising Wedge abprallen werden. Nicht desto trotz, sage ich, auch arbeite ich mit ganz kleinem Hebel und mit wenig Kapital. Sollte er da wirklich abprallen an dem Weising Wedge, wo ich vorhin gezeigt habe, in Lila, dann kann man nach unten hin, auf die 40, 44, keinen Bereich, erst einmal noch die Position aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem. So, kommen wir ganz kurz zu Cardano. So, bei Cardano habe ich hier in dem gegliedten Chart, ja, ach komm, so, habe ich hier den Kanal prediktet, ja, und auch das Ausbruchsziel von 1,46,7. Er hat jetzt kurze Zeit nur noch mal einen Stopp gemacht. Hier wäre die Möglichkeit noch mal gewesen, einzusteigen bei dieser Bull-Flag. Und jetzt ist er auf dem Weg zum Endziel, zu den 100%. Ja, und die Leute, die hier eingestiegen sind, schauen wir mal ganz kurz, was für einen Gewinn wir bis jetzt gemacht haben. Bei diesem Einstieg von hier in etwa, haben wir bis jetzt 18% gemacht. Glückwunsch an die, die das gemacht haben. Ja, freut mich immer, wenn die Leute Gewinne machen. Mache ich natürlich auch. Das ist die Freude doppelt so groß. Und wer hier eingestiegen ist nach dem Retest, hat immerhin noch 8,5% gemacht. Das ist so eine geile Sache, Leute, ja. Lasst bitte bei dem Video einen Daumen da, auch wenn es so zu lang ging, nur ein bisschen grätzig ist. Kommentiert, kommentiert den Kanal oder dir das Video. Teilt es mit Freunden, weil ihr seht, Gewinne sind immer da, ja. Nicht immer, wie gesagt, die Erfolgsquote war jetzt seit dem YouTube-Kanal bei über 95%. Und ich denke, das spricht auch für sich. Ihr könnt alle Videos da zurück angucken. Ich bin da sehr transparent, was dies angeht. Und ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr Support da lasst. Und ja, unter dem Video findet ihr auch die Links zu den Telegram-Kanälen. Würde mich freuen, wenn ihr da reinscheunen würdet. Und des Weiteren habe ich eine Aktion von Bybit mit einem Bonus von bis zu 1610 Dollar. Wer sich über den Link anmeldet, ist der, die Anmeldung dauert keine 30 Sekunden. Auch ein Wechsel ist überhaupt kein Problem. Wenn man schon Bybit-Konto hat, kann man sich hier neu anmelden. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das ist überhaupt keine Sache. Des Weiteren habe ich auch noch einen Femex-Link, der ein bisschen mehr Altcoins bietet als Bybit. Aber nicht desto trotz, meine Lieblings-Exchange ist im Moment Bybit ganz klar. So, ich wünsche euch was. Ich lege mich jetzt wieder um. Ich mache ja gerade vom Bett aus ein Video. Und ja, bis hoffentlich morgen. Ich weiß nicht, ob es morgen klappt. Das kommt auf meine Situation drauf an. Und ja, ich wünsche euch Schwarz. Bleibt alle gesund. Und hoffentlich hören wir morgen. Euer Grüppel Dennis von der Bull vs. Bears Academy. Tschüss.